Das ist das einzig doofe, wenn man die Slabs um die untere Kante setzt, dass dann halt dieser Treppeneffekt auftritt, dass man halt ganz schnell mal irgendwo drauf ist, wo man eigentlich gar nicht drauf sein will. Das ist wie wenn du in der Disco bist und du hast dein Glas unbeaufsichtigt stehen, dann bist du auch ganz schnell mal wo drauf, wo du gar nicht drauf sein willst.